hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute gibt es wie zu beginn eines jeden monats mein what i read next video für euch das heißt ihr dürft wieder abstimmen welches buch ich im monat juni lesen werde im letzten monat hat ein buch gewonnen das auch relativ frisch hier eingezogen ist nämlich divine rivals und ich muss zu meiner schande gestehen dass ich es nicht gelesen habe wohl erst ausgewählt habt ein so sorry ich könnte jetzt tausend gründe nennen warum es nicht das buch wurde warum ich das nicht gelesen habe seien das jetzt rezensionsexemplare oder eben zeitmangel lustmangel etc das ist glaube ich das erste buch dass ich dieses jahr nicht gelesen habe obwohl ich euch gebeten habe eins für mich auszusuchen ja das kratzt irgendwie so ein bisschen an meinem inneren monk dass ich es nicht getan habe aber um den so ein bisschen zu besänftigen habe ich beschlossen dass wir das buch einfach diesen monat noch mal mit ins voting mit aufnehmen in der hoffnung dass ihr es vielleicht noch mal auswählt oder dass ich dann so motiviert bin es trotzdem zu lesen auch wenn ihr ein anderes buch auswählt ja schauen wir mal auf jeden fall wäre das dann definitiv buch nummer eins ich habe es euch jetzt in den letzten videos schon so oft in die kamera gehalten aber ich lese euch natürlich noch mal den klappentext vor auch wenn ihr ihn wahrscheinlich nicht mehr hören könnt jahrhundertelang schliefen die götter von campier doch als sie plötzlich erwachen beginnt ein erbarmungsloser krieg zwischen ihnen der das leben der 18 jährigen iris wino schlagartig verändert alles was iris will ist ihre familie zusammenzuhalten aber das scheint unmöglich seit ihr bruder forest an der front vermisst wird und ihre mutter ihren kummer in alkohol ertränkt verzweifelt schreibt sie briefe an forest die jedoch in ihrem kleiderschrank verschwinden ihre einzige chance ihre mutter und sich über wasser zu halten ist die beförderung zur kolumnistin bei der old gazette die konkurrenz bei der zeitung ist allerdings hart denn auch der arrogante roman kit hat es auf die begehrte stelle abgesehen und obwohl zwischen ihnen ein erbitterter wettkampf entsteht fühlt sich iris auf unerklärliche weise zu ihrem gutaussehenden rivalen hingezogen denn was sie nicht weiß durch eine magische verbindung ihrer schreibmaschinen erhält roman die briefe die eigentlich für ihren bruder bestimmt waren während roman ihr anonym zurückschreibt und mit seinen wunderschönen worten iris herz tief berührt wird der krieg unweigerlich näher und droht die beiden schon bald zu entzweien buch nummer eins buch nummer zwei liegt tatsächlich auch noch gar nicht so lange hier auf meinem so ich glaube es durfte im was mich lügen hier einziehen und zwar ist das serpent and the wings of night ich habe ja ganz ganz lange überlegt ob ich mir das buch überhaupt kaufe weil da am anfang ja auch wieder so ein riesen hype um den buchsschnitt war dachte mir so weiß nicht ob mir das gefällt ob ich das lesen möchte habe es ebenso mit mir gerungen ob ich kauf oder nicht weil ich auch gesagt habe ich will nicht immer so viel neue bücher kaufen nur weil erst auflage farbschnitt und ja man sich den druck macht dass man diesen farbschnitt haben möchte und ihr wisst ja die problematik in der buchbubble dann haben aber so viele tolle bloggerinnen über das buch gesprochen und auch sehr positiv über das buch gesprochen dass ich dann gesagt habe okay vielleicht kaufst du es dir doch noch und dann hast du es eben nicht mit diesem erst auflagen farbschnitt weil der ist ja überall vergriffen und dann gehe ich hier bei uns in die buchhandlung und denke so da steht das buch mit farbschnitt das ist ein zeichen vielleicht solltest du das buch doch jetzt mitnehmen gesagt getan ich habe es mitgenommen und seit dem schlummert hier und ja habe es immer noch nicht gelesen wie unerwartet uraya muss sich ihren platz in einer welt erkämpfen die darauf ausgerichtet ist sie zu töten sie ist die adoptierte menschentochter des nachtgeborenen vampirkönigs und ihre einzige chance jemals mehr als bloße beute zu sein ist die teilnahme am kijari ein legendäres turnier das von nuaxia veranstaltet wird der göttin des todes selbst um ihr überleben im kampf gegen die grausamsten krieger aus den drei vampirhäusern zu sichern muss uraya ein bündnis mit ihrem größten rivalen eingehen rein alles an ihm ist gefährlich zum töten geboren ist der skrupellos und dazu auch noch ein feind der krone ihres vaters doch nicht das turnier die mögliche niederlage oder der tod machen uraya am meisten angst sondern dass sie sich plötzlich auf seltsame weise zu rein und hingezogen fühlt als wäre das nicht genug braut sich um das haus der nacht ein sturm zusammen und erschüttert alles was uraya über ihre heimat zu wissen glaubte und rhein versteht sie vielleicht besser als jeder andere doch die immer stärker werdenden anziehungskraft könnte ihr untergang sein in einem königreich in dem nichts tödlicher ist als die liebe buch Nummer zwei das dritte buch liegt tatsächlich auch schon eine weile hier bestimmt schon ein gutes jahr ich habe es zusammen mit evie gekauft bzw haben wir zusammen eine bestellung ich glaube bei der bücherbüchse oder bei chest of fandoms gemacht nein bei chest of fandoms es ist nämlich eine luxus oder eine sonderedition von dem buch das ist so in dem format gar nicht zu kaufen gab es das gab es glaube ich nur als paperback und auch in einem komplett anderen design und die chest of fandoms leute haben eben eine komplette sonderedition draus gemacht und ja ich spreche von das sternlose mehr und hier sieht man nämlich auch dass das wirklich komplett anders ist als ja die anderen also als die originale mit farbschnitt natürlich auch irgendwie sind alle vier bücher heute mit farbschnitt vielleicht mache ich doch wieder ein farbschnitt special innen drin zeigt euch mal schnell das wende cover sieht so aus das normale sieht so aus das gut an für sich ist einfach blau mit einem neuen folienprint vorne drauf und hier sind noch mal die bienen und die schlüssel auch und hier sind die bücher und die schiffe was es damit auf sich hat kann ich euch selbst nicht sagen das müsste ich dann nachträglich falls ich das buch dann jetzt diesen monat lese oder falls das buch irgendwann lese dann mal erklären was ist damit doch auf sich hat weil aktuell kann ich mir absolut nichts darunter vorstellen und kann euch dazu nichts sagen leider was ich euch allerdings sagen kann ist um was ist im klappendex geht und ich habe es gerade mal bei amazon geöffnet so sieht das original cover aus also ja es hat auch was mit schlüsseln zu tun aber was genau diese schlüssel darstellen oder um was es da geht kann ich euch stand jetzt nicht sagen eigentlich arbeitet zachary ezra rollins an seiner promotion doch er kommt nicht weiter denn immer wenn er in der bibliothek ist sucht er ein buch auf das zwischen den regalen versteckt liegt ein buch in dem zackery eines tages eine schilderung seiner eigenen kindheit findet aber wie ist das möglich auf der suche nach dem geheimnis dieses buches entdeckt zackery eine unterirdische welt voller bücher am ufer eines sternlosen meers wo er schließlich eine verschwörung aufdecken und für die liebe seines lebens kämpfen muss buch nummer drei und last but not least kommen wir zum letzten buch das da wäre once upon a broken heart da habe ich glaube ich auch die sonderausgabe von das ist eine gute frage von 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 steht leider nicht drauf ich kann euch nicht sagen ob es chest of fandoms oder ob es bücherbüchse war aber ja ich habe die ausgabe mit diesem sonderfarbschnitt sonderbuchschnitt und es gab auch einen original farbschnitt dazu aber wie gesagt ich habe das anderweitig gekauft und ich weiß auch dass es zu diesem farbschnitt ein riesen shitstorm gab ich kann euch aber tatsächlich gerade nicht mehr ganz genau sagen um was ist da ging ich habe das nur so beiläufig mitbekommen und dachte mir aber ich halte mich da raus ich bin ja ein riesen fuchs fan und ich kaufe mir den jetzt einfach shitstorm hin oder her weil ich diesen fuchs haben möchte ja band 2 kommt jetzt auch das heißt ich muss jetzt mal gucken ob das bücherbüchse oder test of fandoms war wenn ihr es ist könnt ihr es gerne in die kommentare schreiben und dann kann ich natürlich auch band 2 in der aufmachung evangeline fox hat immer an happy ends geglaubt bis sie erfährt dass die liebe ihres lebens kurz davor steht eine andere zu heiraten und ihre träume von netz auf gleich zerplatzen um die hochzeit noch rechtzeitig zu verhindern und ihr eigenes verletztes herz zu retten sieht sieht evangeline nur einen ausweg sie muss einen deal mit jacks dem charismatischen aber niederträchtigen prinz der herzen eingehen als gegenleistung für seine hilfe fordert jacks drei magische küsse deren empfänger und zeitpunkt er bestimmt doch bereits nach ihrem ersten versprochenen kurs muss evangeline erkennen dass der handel mit einem unsterblichen ein gefährliches spiel sein kann und dass der prinz der herzen mehr von ihr will als sie zu versprechen bereit war jacks hat pläne für evangeline die entweder das größte happy end aller zeiten nach sich ziehen oder die vorzüglichste tragödie buch nummer vier das waren alle vier bücher die ich euch natürlich wie immer noch einmal im schnelldurchlauf zeigen möchte buch nummer eins wäre divine rivals erneut buch nummer zwei wäre the serpent and the wings of night buch nummer drei wäre das sternenlose meer und buch nummer vier wäre once upon a broken heart jetzt liegt es an euch ihr dürft fleißig in die tasten tippen und entscheiden welches buch ich im monat juni lesen werde und ich verspreche woher eigentlich dass ich diesmal auch wirklich lesen werde ja noch mal so eine blöße geht ich mir nicht das war jetzt von mir ich wünsche euch ist doch einen wundervollen tag hat zwei und bis zum nächsten mal wieder tschüss